Der Impfstatus hat auf das Berufsleben in Deutschland noch relativ wenig Auswirkungen, wenn man andere Länder zum Vergleich bemüht. In Italien und Frankreich gilt bereits seit längerem eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe. In Deutschland regelt erst seit kurzem 3G den Zutritt zum Arbeitsplatz. Der Impfstatus wird absehbar, aber immer relevanter, wobei Arbeitgeber diesen in Deutschland bisher nur in Branchen abfragen dürfen, wo Kontakt zu sogenannten vulnerablen Gruppen besteht. Wir fragen bei Rechtsanwältin Dörte Leopold nach, welche Möglichkeiten normale Arbeitgeber rechtlich zur Verfügung haben. Für die normalen Berufsgruppen außerhalb dieser speziellen Einrichtungen gibt es noch keine gesetzliche Regelung. Man wird aber sicherlich angesichts der jetzigen Dokumentationsverpflichtung beim Zutritt zum Arbeitsplatz eher davon ausgehen müssen, dass man dem Arbeitgeber ein Fragerecht zugesteht, wenn dann der Mitarbeiter seinen Impfstatus zur Verfügung stellt. Dann muss man noch die Datenschutzregelungen beachten. Aber ansonsten würde ich jetzt keine Möglichkeit für den Arbeitgeber sehen, wie er das sonst machen soll. Wenn ein Arbeitgeber eine Neueinstellung, beispielsweise aufgrund der Hautfarbe oder des Geschlechts, verweigert, ist das eine rechtswidrige Diskriminierung. Wie sieht das aber in Bezug auf den Corona-Impfstatus aus? Darf der Arbeitgeber eine Neueinstellung ablehnen, weil der oder diejenige nicht geimpft ist? Maßgebliche Rechtsprechung zu dem Thema dürfte es jetzt noch nicht geben, weil das ja einfach alles noch zu frisch ist. Eine klare gesetzliche Regelung hat uns bis jetzt noch keiner vorgegeben. Ich denke aber, wenn ein Arbeitgeber sich dazu entschließt, denjenigen nicht einzustellen, weil er zum Beispiel sagt, ich kann den gar nicht uneingeschränkt einsetzen oder ich weiß gar nicht, wie ich ihn einsetzen kann oder ich kriege es mit dem Testen irgendwie nicht hin, dann kann ich mir kaum Sanktionen für den Arbeitgeber vorstellen. Schauen wir auf ein bestehendes Arbeitsverhältnis. Darf ein Arbeitgeber Angestellte sanktionieren, weil sie nicht geimpft und damit nicht voll einsatzfähig sein könnten, sprich Gehaltskürzungen oder sogar Entlassungen? Es wird sicherlich im bestehenden Arbeitsverhältnis darauf ankommen, wie groß ist der Arbeitgeber und wie hat er Möglichkeiten, flexibel zu reagieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ins Homeoffice versetzen kann, ist das relativ einfach. Wenn ich ansonsten im Rahmen meines Direktionsrechts eine andere Einsatzmöglichkeit finde, wird das auch kein Problem sein. Wenn dem nicht so ist, kann ich mir kaum vorstellen, dass eine Abmahnung oder auch vor allem der Einbehalt der Vergütung, weil ich denjenigen nicht einsetzen kann, dass das vom Gericht dann später als nicht zulässig angesehen wird. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber eine klare gesetzliche Regelung oder Rechtsprechung gibt es dazu noch nicht. Vielen Dank, Frau Leopold. Hier ist das letzte Wort, also noch lange nicht gesprochen.